willkommen zu einer folge der von und digger ich hab'n cape aufm kopf hallo und willkommen beim minispiel wir sind hier digger was tust du da digger du hast was auf dem kopf digger alter was soll da digger was soll das digger hey digger lass mich ja digger du hast ein banner auf dem kopf digger sie sind weg digger ich sehe nur noch die banners also wir spielen ein spiel und hier geht es darum zu überleben und nicht in fallen rein zu tappen und einfach nicht zu sterben hier strafe left ich hier legge ein bisschen wie man sieht normalerweise sieht das noch ein bisschen besser aus ups ich hab's geschafft okay nein 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 wieso explodiert das okay ich dachte wird explodieren okay und ich mal gucken ob ich es schaffe ich hänge fest leute digger ich hänge fest würde ich nicht so legen weil ich glaube schon am gewinn schafft bisher bisher bin ich noch nicht gestorben krass ich dachte eigentlich sterbe schneller was muss ich tun ach ich muss einfach drüber okay hier ist wasser als ganzes gesehen jump und run gegeneinander so ein bisschen und mit sicherung das heißt das portal die wir sehen dort landen wir wenn wir sterben also portal durch die wir mal laufen hier die hier kommen wir wieder an wenn wir gestorben sind ok darum werden jetzt gestorben wir warten dass es weg ist los geht der erste noch gestorben und ich konnte gar nicht mehr rennen okay digger er hat ein kopf ich bin das ganz zum zweiten mal das erste mal würde ich sagen habe ich krass hart gefällt so da oben und noch da okay ich werde sterben ich werde sterben ich sag's ich habe es doch gesagt war wieder von hier okay hast entfernung eigentlich schon vorbei die ersten drei haben es geschafft ich habe leider nicht dazu gehört da sehen wir die ersten drei und digger ich habe einen kabel auf dem kopf scheiße was für ein cape das ist ein banner das habe ich echt nie gesehen so gehen wir einfach mal die nächste lobby mit rein er könnte das ganze voranführer mal sehen wir sind auf dem server mc hive da war es voll habe ich zu lange gewartet kommt da da okay ich hab's noch geschafft ich bin ja drin hallo und herzlich willkommen ja der mann ist wieder dabei zweite runde von mir dritte die ich grundsätzlich spiele zweite die ich aufnehme und nun ja ich bin mal gespannt 13 sekunden geht's los problem ist einfach dass ich länge und oft genug und schnell genug bin naja und du hast ein bahn auf dem kopf heute neuer insider jetzt digger du hast ein bahn auf dem kopf so hier werden glaube ich jetzt erstmal alle dran sterben war klar erstes aber noch drüber geschafft und ich bin damit der letzte oh scheiße das ist mies aber es geht einfach die prosen ich kann einfach nicht erster werden du died und es geht wieder los wenden es fällt genau dann runter wenn ich hier drauf bin ah ich hab's geschafft das habe ich auch überlebt das habe ich auch überlegt ähä lol ich sterbe einfach nicht ah ich bin tot ich hab schon gar kein Leben mehr der Dinger hat keinen Cape aufm Kopf da hinten läuft einer oh ich hab keinen Optifine zum ranzoomen hm wo ist er denn da ey ey komm mal ey digger digger komm mal ey ey komm mal ey bleib doch mal stehen ich will mit dir reden ich muss dir unbedingt was sagen ey bleib mal stehen ich muss dir was sagen ey komm sei mal sozial ich muss dir was sagen komm schon bleib doch mal ey du jagd ich jagd dich nicht bleib doch mal stehen oh voll der Hurensohn hm bei dem kannst du machen bei dem kannst du machen ey ey jo ey jo digger was geht jo ey 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 digger ey ey ich muss dir was sagen digger ey du hast ein Cape aufm kommen 2 2 2 1 alles unsichtbar ich bin natürlich letzter und ich fall natürlich hier mit runter oh ich hab's noch gar nicht geschafft in der letzten Sekunde abzuspringen nein oh ich ok ok damit hab ich das schon mal versaut ich kann's einfach nicht mehr schaffen ich würd viel gerne viel lieber die Fallen hier betätigen das denk ich doch genauso chillig so naja erster Platz ist eh vorbei schaff ich nicht mehr wie denn auch dann müsste ich in der Lobby ganz alleine kommen damit ich das schaffe ach je da springt ja erstmal wenn man denkt man kann dadurch hoch springen so zack stage 3 ok ich seh ich sehr viel wenn da diese Schrift vor ist ok ich hab einen überholt jihau ich liess einfach nicht Falling Blocks ok aber ich lebe noch das ist das Gute daran es ist das ganze noch was sicherer ooooh gibt's doch nicht von hier aus the player finish ok in 60 Sekunden ist es zu Ende und ich konnte einfach kaum bisher was sehen oh ich hab's überlebt krass Sache ok willkommen to dead one ok ich glaub das ist auch das was ich als erstes mal gehabt hab ja das ist mein allererstes gewesen was ich nicht aufgenommen hab oder ich meine zumindest das erkennt jetzt gerade nicht oder ist das doch ich meine das ist das allererstes was ich jemals gespielt habe ok ja 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 intro bla 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 ja ich bin bereit GG nee GG sagen wir am Ende good luck GL mein Gott bin ich behindert GL okay good luck and have fun werde ich haben auf jeden Fall hoffe ich jetzt zumindest oh die Musik passt dumm 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 und rennen ok das mit dem Ränder hat nicht geklappt ok da eine ist eh tot und ich hab's geschafft na ok, wo stand ich ja auch ich bin auf den falschen Bock gesprungen ich muss direkt auf den hier auf den und auf den wow, ich wär fast irgendwie zu langsam zack, hier und das hab ich davor nicht gecheckt, dass man durch diese Teile höher springen kann und dass es auf dieser Seite weitergeht kacke ok, ich hab's oh ey, diese Schrift, die zerlegt einfach zu viel und meine Lacks sind einfach zu krass ok, find ich vernünftig, rennen und springen kann ich auch nicht vernünftig so hier kann glaub ich nix passieren oh ey, habt ihr das gesehen oh nein, das ist der Bug von eben der hat euch schon mal ich spawn einfach daneben ey oh, ich wollte eigentlich gar nicht weiterspringen diese verkackten Bugs life left ich hab noch 5 Leben aber warum land ich daneben ey, oh ok, Spiel endet sofort ja, 4 Leben hab ich nur noch das dauert auch noch 60 Sekunden ey, und ich hab einfach diese Lacks dass eh ich wieder irgendwas machen kann das gibt's noch nicht ihr seht wie krass ich bin wahrscheinlich eh letzter ey so zack und ich hab's geschafft also weiter ich möchte noch möglichst weit in der Zeit kommen halt das Maul oh nee, jetzt hab ich wieder diesen Bug und noch 20 Sekunden zwei Leben ey so oh ey, jetzt ist er nicht gerannt ja komm jetzt leg ich daneben mein letztes Leben und 4 Sekunden mal gucken, wie ich das okay, Zeit ist vorbei ich aufgehört auch zu lenken ja, der freut sich auch immer, der gewonnen hat Pfeil 28, ja ich seh dich du bist nackt ey ey, ey, jo, Digga ey, ey, Digga du bist nackt nein ey, ey, jo, Digga du hast ein Game auf dem Kopf oh, guck mal da ist noch was platzen oh Server ist voll naja, ich hab genug gespielt jetzt reicht für eine Folge und so wisst ihr will man hier nichts kaufen oder was ist das? Enchanted Game ähm aha 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 bringt gar nichts okay dann bis zum nächsten Mal Tschüss ey, wacht mal oh, hier ist keiner mit dem Cape nein nein ich kann meinen Insider nicht springen nein tschüss 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 tschüss